einer wäre hier die frage ist komisch beinahe aber wie komme ich hier weiter hoch gut hier wäre ein weg irgendwo unter mir ist die truhe ok die truhe ist tatsächlich auf meinem level das hätte ich nicht gedacht ich hätte auch gedacht dass es oben ist also muss ich irgendwie so muss ich dann hier lang und eine müsste noch in diese richtung sein und 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 die frage ist halt und 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 vielleicht finde ich dann auch später das versteckte ansonsten habe ich ja ja alles ich brauche jetzt nur die versteckten sachen au leertaste wort es gibt noch mehr tasten die man drücken muss ich jetzt nicht unbedingt aber ich denke mal ich habe jetzt erstmal eine gute menge an an pelzen also von daher weiter in der story ich will keinen erschrecken eigentlich okay na gut vielleicht gehe ich auch einfach zurück zum schiff oh hier kann ich mir ammo holen äh vorher würde ich aber gucken crafting menu nope falsche taste upgrades crafting grey wolf pill 12 habe ich einen brauche ich ja gut ich muss weiter in der story machen warte kann ich die bestehen da besonders viel haben wir nicht gereichen haben weil die gereicht aussehen haben auch mehr aber ich ja 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 Hmm. Ich habe vorhin gelernt, dass er in Barbados war, aber ich habe das nicht gemeldet, aber ich habe das nicht gemeldet. Jetzt. Jetzt denkst du, dass er etwas mit den Artefakten zu tun hat, nicht wahr? Ich würde es nicht überlegen. Hades ist ein kurzer Weg von Barbados. Der Artefakten ist sicherlich mit dem Artefakten zu kommen. Wir können nicht die Templisten kontrollieren. Whatever passiert, Warren Washington muss nicht überleben. Ich werde sicher, dass er nicht. Er ist hinter uns. Es ist ein Faktenboot! Royal Navy! Sie sind alle allein! Er ist aus dem Wind! Hm. Okay. Na gut, ich muss außen rum fahren. Saving? Oh, I'm saving. Hi. There she is! All right, man. Time to be quiet. Lawrence Washington is a powerful businessman, a slave owner, and a leading Templer. We lost track of him about a year ago. I recently learned he was in Barbados, but I haven't been able to confirm that. Now. Hmm. Now you think he had something to do with the theft of the artifacts, don't you? I wouldn't put it past him. Hades is a short voyage from Barbados, and his return to the colonies certainly coincides with the arrival of the artifacts. We can not let the Templars get control of these colonies. Whatever happens, or else Washington must not survive. I'll make sure he doesn't. Jim, they are... Blockade, Captain! I just won't do. Shea, you must follow that ship on land. I'll do that. Bring the Morrigan around another way. I can track that package, and find Washington. Bains loose! Slip us off the way! Hacker! Subblockade! And remember what I said, Shea. Washington must die. Captain's gone for a cold death! Hmm. Hmm. Hey, ha, 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 ha. Hmm, hm, 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 hm. Ah, hmm, hm, 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 hm. Na gut, das spart mir schon die Kletterzeit, wenn ich hier oben bleibe. Ah, da ist das Schiff. Fünf Sammelgegenstände. Hm. Mhm. 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 Okay. Okay. So lange der sich nicht umdreht, ist er ziemlich hinüber. Mhm. Mhm. Oh, assassination. Wo ist die Note? Da oben. Mhm. Mhm. Dann weiß ich, wie ich an die Note rangehen muss, um sie zu bekommen. Das war genau so. Na, 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 na. Ah, loopen wollte ich. Oh. Oh. Hm. Oh. 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 Hm. Schade ist das, wenn ich die da reinziehe, in den Heuhaufen oder was auch immer, dann kann ich sie nicht mehr looten. Und hier geht's noch, wenn ich denn will, aber nein, gut, Loot, Reload. Ich würde mal behaupten, es sind gar nicht so viele Wachen an Bord hier. Okay. Okay. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Ja. Wo... Du bist... Es macht keinen Sound. Danke für die Presse... Master Washington. Das ist eine strange Überraschung. Nicht ganz, was ich erwartet habe. Jetzt muss ich Washington finden. Einen Interrogator. Ich meine, dass ein Kick den dann umbringt... Weiß ja nicht. Ähm... Und das mal kurz... Warum brennen die da im Hintergrund ein Feuerwerk ab? Hm... Hm... Ähm... Nichts mehr mit hier, klar. Der säuft jetzt. Vielleicht habe ich ihn auch so blöd getimt... Umgebracht, dass es... Ähm... Dass es Probleme gab in irgendeiner... In irgendeiner Form. Ups... Das tut mir aber leid. Kann ich mal looten? Danke. Ich würde gern... Ich würde gern... Die Berserkdarts sind voll... Die Berserkdarts sind voll... Die Berserkdarts sind voll... Die Berserkdarts sind voll... Oh... Oh... Sind die alle so ein bisschen suspicious? Kann ich... Irgendwie... Äh... Mann... Ach, das ist... Okay... Hm... Ah... Troublemaker, ey? I´ll show you trouble! I can't nobody figure this out! Come on, have a look! You... Stop! Clear shot. Ah ha! Now you die! Keep trainin' ya, Doctor! Oh, faster, so much nights! Ich habe einen Kuss für den Kuss. Ich habe einen Kuss für den Kuss. Ich habe einen Kuss für den Kuss. Okay. Das ist der einzige. Erstmal Berserk. Gerne doch. Ich habe einen Kuss. Ich habe einen Kuss. hoppla das ist doch glatt gestorben als er mich angreifen wollte was ein unglück aber auch ich habe die blut Hä? Keine Ahnung. Feiern da hinten tatsächlich eine Party. Warum auch immer. Ist irgendein Gegenstand? Ach, ein Brief. Stimmt. Briefe sind das ja alles. Dann lass mal den Ausguck holen. Der sollte ja nicht allzu weit weg sein. Damit ich da... Damit habe ich genug Synchro für alles. Dann lass noch mal kurz auf der Karte gucken, ob ich... Ah, natürlich. Da habe ich eine Kiste übersehen. Und zwar ist der... Sinkpoint oder was auch immer. Das tut mir jetzt aber leid. Und ab dafür. Komme ich hier hoch? Ach, nee. Da komme ich hoch. Wenn ich den in den richtigen Baum nehme. Verflucht. Da kommen noch mehr raus. Hm. Oh, die wurden bestimmt von den Leuten alarmiert. Ähm. Ich warte mal kurz. Ich meine, ich habe jetzt alles erledigt soweit, aber... Also... Ich COVID-19. Da habe ich, schreib, schreib. Ich bin das ein. Ich habe jetzt morgen auf dem templategel SEN. Ich habe es einen. Ja. Ich bin ich eingeladen. Ich mache das alles. Ich habe ihn mit. Oh, das war mir lang. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. So, Jesus. ach was ich meine vielleicht ein bisschen schwer zu erklären aber ich will nur wachen umbringen da habt ihr gar nichts zu befürchten sie ist eigentlich im moment aus mit mit crafting killerware skin bräuchte ich na gut ich need to get a washington first there were about the art of acts Oh, Detekt Oh, hm, okay Wenn ich, hm Hm, 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 hm Okay, das ist interessant, wenn ich Rauslocken, zählt noch Ah, okay Synchronise habe ich noch nicht, okay Hm 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 Ah, hier mitten drin ist die Strohe Hm Was ist denn mit dem los? Den kann ich nicht anschießen, weil er da drunter steht Okay Ah, da kann ich Leute Okay 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 Okay